Wie kann ich lernen? Ich glaube, dass das Video-Jug ist eine bessere Anwendung, und die Leute sind sehr froh, es ist die wichtigste Anwendung. Die Mitarbeiter haben uns das, was mir nicht passiert ist. Ich denke, dass man hier eine Geschichte und eine Anecdote mit dem Lernen und das macht es wirklich richtig. Bei den spielerischen Methoden hat man die Möglichkeit auch mal wieder den Spaß am Lernen wieder neu zu entdecken. Und das war uns hier auch einfach wichtig, dass wir hier dem Lerner eine neue Dimension des Lernerfolgs oder der Lernerfahrung bieten können, dass man sich spielerisch mit Themen auseinandersetzt. Warum GameLearn? Es ist einfach, weil es für uns der größte Anwendung ist, dass wir die Möglichkeit haben, sehr schnell die Dinge konkretisiert. und wir haben diesen Spiel sehr fluide gemacht. Es ist eine Erfahrung attraktive, es ist eine divertente Erfahrung und es ist eine sinnvolle Erfahrung. Sie bekommen das Film, und es macht es in einem divertenten Weg, und es macht es in einem innovativen Weg. Und ich glaube, es macht es ein wenig einzig. Es ist eine verbesserte Version des E-Learnings. Das Spiel, was im Hintergrund da ist, ist zwar nett und ist auch ganz toll dargestellt, aber inhaltlich ist das sehr, sehr ausgereift. Und ich glaube, das macht GameLearn eigentlich mit den Spielen zu einem hervorragenden Angebot, was viele unternehmen. Das Spiel ist besser. Das Spiel ist besser. Das Spiel ist besser. Das Spiel ist Spaß. Das Spiel ist Spaß. Wenn du es Spaß hast, dann gibt es keine bessere Dinge. Ich glaube, das ist der Zukunft. Das Spiel ist besser. Ich glaube, dass du mehr Menschen in einem bestimmten Weg und zu einer viel höchsten viel höheren, als wenn du, zum Beispiel, in den Magistralen Sessionen. Ich habe recherchiert, ohne viel zu finden, solange mit dem E-Learnings, die mir nicht verletzten, und die überhaupt nicht zu meinen Objektivisten. Bis zum nächsten Mal, GameLearn, und ihre Proposition von Video-Spielen. Der Impacte war sehr positiv. Und ich kann sagen, dass es so positiv ist, dass es so positiv ist, dass wir es exportiert haben. Es decir, wir haben angefangen, seit sechs Jahren in der Schweiz und in der Schweiz und in der Hyundai Motor America und in der Hyundai Motor Europa. Es decir, die Vorteil ist, dass es Multilingüe möglich ist, dass es alles globales in der ganzen Organisation Das ist klar, dass es in anderen Ländern das auch funktioniert. Das ist viel zu sein. Und das ist viel zu sein.